Das war jetzt gleiche Runde. Weiche Krause So, und wir machen jetzt, dass das Krieg-Karrenkwan vielleicht mit viel Glück mal raus fährt Jetzt fährt es raus und der Stahl ist frei Und die Weiche Krause Weiche So, und Maike Krause macht auf Nied... Meter. Der Weg ist umgegangen. Fahrzeuglenkvorsprung. Auf Platz 2 immer noch Medina Marke. Auf Platz 3 immer noch in Jasmin Schwannberg. Auf Platz 3. Auf Platz 2 immer noch in Jasmin Schwannberg. Auf Platz 3 immer noch in Jasmin Schwannberg. So, und jetzt muss ich bei Ihnen erwarten und bei Ihnen ein bisschen aufpassen. Nimm in die Minute. Kommt aber nicht. Aufpassen. Aber noch reicht das Appellement nicht. Noch nicht. Oh, ich denke mal jetzt wird sie dir jetzt viel zugeklagert. Nein, das ist das Schiff. Oh, jetzt ist sie auch noch in die Ball gerutscht und hat sich festgefahren. Oh, nee. Und hier kommt der Rennungregal ins Ziel. Mit fast drei Wochen der Vorsprache. Platz 1 geht an die Maike Krause. Platz 2 hat die 923 Metin dabei. Platz 3 hat die 422 Gaspin Schwannberg. Franziska Lübcke. Die 289 Maike Ma. Die 289 Maike Ma. Die 559 Sabrina Martens. Die 895 Sarah Steiner. Die 660 Mareike Licht. Die 349 Franziska Pieders. Die 762 Stimme Speyer. Und sie ist dann aber 194. Und sie ist die. Die Emmertank. Und da nie noch ohne Fehler. Nein. Danke. 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 Und die 895. Die haben ein bisschen viel Öl im Tank. Die legt da den Ebelstrahl aus und versucht damit die anderen abzuschütteln. Das funktioniert aber nicht so richtig. So kann es nicht sein. Die Daniela vorneweg, schon drei, fast vier Fahrzeuge legen Vorsprung. Auf Platz 3. Aber auf Platz 3, damit sie sicher wieder was tun. Und jetzt ziehen liebe Zuschauer tief durch an, wenn die Nebel schwanken. Kommen wir da. Super Motorengeruch, Geschmack. 7W40, das gute Reichlofföl. So. Hier wird um jeden Meter gefeiert. Aber das Spittel tut sich nicht viel. Da kommt es zur ersten Überrundung. Das war aber sehr gut, dass ihr ihn auch in die Hose gehen könnt. Die Daniela vorneweg hat sich schon ein bisschen attackiert. Aber sie können sich wieder absetzen auf den Kraten. Die Funksysteme ist leider rausgefahren, da spüren wir das Auto wie so wie die mit. So, und dann das 3 ist hier irgendwann noch nicht geklärt. Momentan geht es hier. Das kann sich nur noch ändern. Ah, da haben die beiden sich so ein bisschen verkasperrt. Ein bisschen verbremst in der Kurve. So, Laufsieg für die 199. Die Daniela unten wieder. So, das ist die 199. 59. Der Sabina Martens. Und der Platz 3 geht. An die 666. Mareike Link. Und Marewecker Stocker-Team. Es liegt Motor. Duft in der Luft. Ich geh mal runter. Ich lass die Tasche bei dir, ja? Die 45. Karin Merkent. Die 269. Per Rekrut-Tage. Die 270. Jennifer Mareike. Und die 221. Nicole Mareis. Das liegende Frage. Die 70 grader Parks. Buutar. görünce. BiareAlermg packaging. Sai limit. Origins film. Wie braucht es dann kann. vielleicht ein paar skeptical. Mein Hallo! Aber da wird sie nicht, Schutz. Rote Flagge überschlag, einmal die rote Flagge raus. Das war's dann mal, Eiten überschlag.